Liebe Freunde, Weihnachtszeit ist die Zeit der Musik und des Gesangs. Immer wieder werden Klassiker neu aufgelegt, doch wir würden einen Klassiker heute gerne im Original vortragen. Auf Mittelhochdeutsch, viel Vergnügen. Stille 8! Heilige Nacht! Alles schlecht! Einsam! Wie können die da sitzen? Nur das Traum! So, heilige Haar! Heilige Nacht! Na wie heißt er noch, wie heißt er noch? Der Dings, der Dings, der Dings, der Dings. Der Knabb mit dem lockigen Haar! Schlaf in himmlischer Ruhe. Die Weinen sind schlimm. Das ist fürchterlich. In himmlischer Ruhe. Stille Nacht. Heilige Nacht. Oh, ist das schlimm. Alles schläft. Einsam. Nur das Traum. So heilige Paar. Hol, der Knabe. Wie heißt er noch, der Dingster da? Der hat sich jetzt so Strändchen machen lassen. Steht aber gut im Knabe mit dem lockigen Haar. Schlaf in himmlischer Ruhe. 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 liebe freundinnen liebe freunde zu weihnachten soll auch mal gelacht werden richtig ja und deswegen laufen im fernsehen jahr aus jahr ein während der feiertage wiederholungen von witzesendungen ihr könnt euch das anschauen in diesem jahr sparen weil wir ein best of zusammengestellt haben für euch und für alle die besten gespielten witze aus den letzten drei jahrzehnten der onkel otto da hat er einen kleinen pferden bediener das war das beste man drückte drauf und es kam jingles schatz mit der neuen brille siehst du aber scheußlich aus ich habe doch gar keine neue brille nein aber ich schaut unser nachbar gibt seiner frau immer morgens bevor zur arbeit geht ein kurs warum machst du das denn ich kenne die frau doch gar nicht schatz sag mal war dir bitte zu essen nix doch doch schon gestern ja ich hab für zwei tage gekocht du schatz weißt du wie man männer nennt die 90 prozent ihrer intelligenz verloren haben nein wie denn in wie viel in etwa kommen jetzt noch 12 schatz ich glaube ich hab ein hexenschuss das kann nicht sein die schießen nicht auf ihre eigenen leute schatz folgendes in wie viele teile soll ich die pizza schneiden in sechs oder zwölf schatz in wie viele teile soll ich die pizza schneiden in sechs oder in zwölf na in sechs zwölf schaue net ganz gut gelaufen wie viele minuten haben wir noch warte einen kleinen moment warte ich hab auch noch einen ok bitte brille immer gut vorsichtig kaputt machen warte hier mal basti macht das ding ach ja klar ach du warte kriegst eine öffnungsschengel pass auf kommt eine schwangere frau zum bäcker und sagt ich bekomme ein landbrot sagt der bäcker sachen gibt's kommt ein rocker im blumenladen und sagt wo haben sie denn hier die ganzen roses kommt man ins spielzeuglein und sagt ich hätte gern geduld spielt aber zack zack herr doktor kann ich mit durchfall baden wenn sie die wanne voll kriegen kommst du bitte man super witze weiß gar nicht was die haben stellen sich an das war ein risiko beim nächsten hätte ich lachen müssen da kommt ja wieder nur scheiße in fernsehen absolut renate ich verstehe nicht das weihnachtsprogramm geht doch mal zum lol das ist lustig ja das ist witzig vielleicht kommt dem martina hill und der andere vogel wie heißt der der mit der brille aus berlin der ist gut gut krömer ja gut krömer hoffentlich kommen die da würde ich mich freuen ha 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 na weißt du was ich glaube ich glaube die machen sich da ganz schöne zeit in dem vorhang zusammen ja die kuscheln einfach da so ein bisserl und das verstecken sie unter dem deckmantel der professionellen zusammenarbeit also wenn die so weitermachen schießen sie sich noch selber raus wir hören dass ihr flüstert wir werden soweit okidoki nein doch ich habe vorgedacht und die waren so geschockt die waren richtig die haben nicht und ich dachte so jetzt machen wir euch fertig sehr gut super wir sind die weihnachtswichtel der moment wo ich kurz hängen sie diesen kleinen süßen körper mit dem großen kopf und diese hilflosigkeit